Ich bin ein Spiel gejoint als nackter, unwissender Idiot und deswegen. Okay, Hackysack, A10 oder Rosen. Ist hier eigentlich ein Aha in der Nähe? A10 oder Rosen, schau mal. Auktionshaus. Habe ich das gelistet hier? Auktionshaus. Also Auktionato ist es hier. Händler, glaube ich, ist es ein Auktionato hier unten irgendwo. E.O. ist hier. Irgendwo da versteckt. Da hinten. Da. Der vorne ist es. Nacktkörper. Das war mir schon klar, wenn ich sowas sage, dass das irgendwie da richtig verstanden wird. Ja, ich bin eh blind. Da ist er, ja. Steht ja immer neben dem Scheißdinger, der Penner hier. Jetzt müssen wir noch wissen, was ich kaufe. Die Queue hast du schon hinter dir? Ich habe den nicht gemacht, da ich keine Geduld hatte beim Level. So was zum Beispiel habe ich ausgelassen. Sammle genügend Früchte um 30 Stück gehackte Feldfrüchte, Trockenblumen, gemaltes Gel. Ja, da müsste ich jetzt hin und her. Wenn ich es nicht so trocken, was muss ich denn dann hier so. Ich habe dieses, was ich habe, ist dieses Ding da. Hier, das habe ich hier. Das ist, ach, das ist bei dir das Fleisch. Okay, das ist was anderes. Genau, das ist deswegen genau. Nachtnachs mit Gax. Ähä. Ne, ne, das hat einen anderen Grund. Das hat einen Grund, weil ich verletzt bin. Aber es vielleicht, hast du auch schon mitbekommen. Wenn ich in der Regulationsphase bin, viele Schmerzen habe und mich nicht bewegen kann, ich kann nicht gehen. Und solange ich noch so kaputt bin und scheiße, mich fühle, mache ich das lieber nicht braucht. 30 Blumen oder Früchte, umwandeln. Es ist egal welche. Ich habe ja nämlich, hier habe ich 42, äh, Azale, also die Samen. Ich habe nämlich auch die irgendwo, die habe ich alle verbraucht schon. Hier. Azale habe ich hier. Gehen die auch? Kann ich da auch verarbeiten? Die habe ich nämlich für meinen Alchi gemacht. Die kann ich aber da neu machen. Also du kannst nicht die Berufe lernen, so wie einen typischen MMO, sondern du gehst einfach hin und machst. Du kannst einfach alle Berufe machen. Gehst hin zum Schmieden, zum Wingen. Also ich habe hier die dabei, hier, 50, 52. Und wie kann ich die malen? Also du sagst, die gehen auch, oder was? Die gehen auch da. Ich habe sie ja schon, die fertigen. Ich habe ja schon, die fertigen hier. Steht doch, steht doch drauf. Trocken, trocken, blumen oder so. Wow, nein. Genau, okay, ich habe ja die. Und dann brauchst du, brauchst du vom Creme etwas. Also kann ich jetzt diese 30 malen und dann das herstellen? Oder brauche ich noch was anderes? Ach so, hatte ich schon gewundert, weil ich schon ernstlich abgebaut habe. Ja, man macht einfach, man lernt hier nichts. Wie bei anderen Spielen musst du hingehen und sagst, du gehst. Okay, Creme habe ich mir eigentlich immer anzeigen müssen. Da ist er, hier ist er. Creme gibt es immer hier. Ich muss jetzt die Pflanzen malen. Und dafür brauche ich was zum Creme, habe ich nicht verstanden? Ach, bei der Blume steht es dabei. Das Messer. Hast du bei der Blume steht es dabei, als ich brauche? Nötig Blau Salz Messer. Ach so. Ich dachte, ich hätte welche. Alles klar, ja okay. Ja, ich weiß, es steht überall nur. Ich muss doch dann schauen, wo ich was lese. Oh, meine Augen, meine Augen tränen, verdammt. Sie sind voll verschwommen hier. Blau Salz mit so einem Creme. Ja. Ja, das Moment dann auch. Ich würde mich mit dem Lesen meine Augen drehen. Ich muss daumen glinsen, weil ich klar sehe, zwei, drei Mal. Und dann. Und dann. Eine Rezeptliste und eine andere hätte ich dazu legen können. Ja, ja, verletzt, du kleiner Exhibitionist. Ja, wenn es jetzt nicht so ernst wäre, dass ich hier nicht gehen könnte, ohne Schmerz und dauernd Tabletschlucke, würde ich drüber lachen, aber tue ich trotzdem. Ja, ich kann aber bei beiden Füßen nur den großen und den kleinen C bewegen, kann nicht gehen. Von daher, ja, ist das nicht ganz so toll. Blume, Rechtsklick. Ich will aber nur 30. Ach so. Wie viel brauche ich von denen? Ja, brauche ich 300 Früchte, um 30 da rauszukriegen. Das Messer hattest du schon dreimal in der Mitte. Das dachte ich mir. Ja, schaut euch mal die ganze Kacke an, wie viele Matze es da gibt und ich weiß nicht, was für was es da ist. Hier ist sogar so ein scheiß toter Fisch hier. Stinkender Fisch habe ich sogar mit. Bräuchte ich 300 von denen oder wie? Um 30 herzustellen oder wie ist das? Ach, du brauchst jedes Mal ein neues Messer, um die Blume... Hä? Wie verarschen? Ich kann mich jetzt hier... Ein Messer pro Ding oder was? Trockenblumen erworben. Wo sind denn diese Trockenblumen? Nee, nee, bräunet, bräunet. Mittler bräunet. Wenn dann würde ich Hass. Mittler kriegt man umsonst. Hass muss man sich erarbeiten. Nee, nee, bräunet. Passt schon. Lieber lachen. Ich lache eh. Hey, Prinzess. Wow. Eine Prinzess-Bondentscheid. Grüß dich schon, dass du da bist. Wie geht's dir? Wo ist denn diese Trockenblumen? Narzisse, Klee. Wo sind denn diese Trockenblumen? Man, gibt so viele Mats. Sortiert ihr nicht nach der Reihenfolge hier. Das, das, das. Erz. Und dann? Jo, passt so weit, so gut hier. Passt, passt. Könnte besser, könnte schlimmer sein. So, ich verlasse euch nun morgen Stuhl shoppen. Alles klar, dann schlaf schön und träum süß und viel Spaß beim Shoppen deines Nicht-Holzstuhls. Fünf unten? Fünf von unten? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ach, das dritte rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Keine Pfeife, was? Nochmal. Ja, ne, die weiß ich, wie ich es meinte. Ich kenne sie ja. Eins, zwei, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das da hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, okay, ich habe schon. Okay, habe ich ja genug. Habe ich genug. Alles klar. Ich kenne doch unsere, unsere Kleene. Eins drüber. Oh, ja, 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 ich habe es, ich habe es da gesehen. Nee, nee, wird gut gepolstert sein, damit ich gemütlich zocken kann. Nee, das ist doch scheiße. Sag mir noch länger. Hab schon, hab schon. Nicht genug gehackte Früchte. Ernte und 30 Stück gehackte. Ich habe doch, ich habe 36. Das sind Trockenblumen, okay, aber... Hä, ich check das gar nicht mal. Oh, nee, ich habe kein Geduld zu was. Ich habe, oh, ich bin so... Meine Augen, ich sehe gar nicht. Nochmal lesen hier. Wo haben wir denn? Viertel vor zwölf, du Scheiße hier. Sammle genügend... Sammle genügend Erntefrüchte, um 30 gehackte Feldfrüchte, Trockenblumen, Getreide herstellen zu können. Benutze ein Parfümmörser. Was ist denn das? Also, ich habe 36 Trockenblumen. Blumen, wie zum Beispiel Asalien, Rosen, Blausenmörser auf Arbeit wurden. Blausenmörser werden von einem Krieger verkauft. Werden zum Kochen für örtliche Spezialitäten und in verschiedenen Handelskünsten verwendet. Okay, ich habe 36. Sammle genügend Erntefrüchte, um 30 gehackte Feldfrüchte. Ich check das nicht. Sind es nicht die richtigen? Oh man, wie sowas hast du das? Es gibt zu viele Matzen im Spiel hier. Nicht genug gemalene Gewürze. Ich brauche gemalene Gewürze. Ich habe Trockenblumen. Das ist was ganz anderes. Na also, geht doch. Ich habe schon. Kann ich das Spiel mit einer AMD R9? Was, 255? Gibt es die? Ich kenne 280, ich kenne 290, ich kenne 270, ich kenne 260, 255 gibt es auch? Wie? Ich weiß nicht, ich kenne die 255 nicht, kann ich dir nicht sagen. Oh Gott, jetzt geht es weiter hier. Jetzt geht der Scheiß weiter hier. platziere die Windduftvase in der Nähe des Dorfes Windschatten. Platziere die Dämmerduftvase in der Nähe der Bärenhöhle. Platziere die Nähe... Boah! Okay, mache ich. Wo sind die ganzen Sachen? Sind die hoffentlich hier? Ne, die sind wieder woanders. Ich rass dir aus mit dem Spiel. Dass nichts einfach da ist, dass du überall hin und her reisen musst. Alter, what the fuck? Jetzt muss ich in den blöden Hügel da. Du Scheiße. Hier, da und da. Bitte erschießt mich. Ich will nicht mehr. Bitte erschießt mich einfach. Was für ein Mist ist das Game hier. Oh Mann, bitte. Leute, ich will hier raus. Ich bin ein Gags, ich will hier raus. Jetzt muss ich dann wieder woanders hin. So geil, so geil. Es kommt immer so... Ich stelle mir manchmal Spiele vor und denke mir, so, worst scenario oder worst case. Und hier kommt, wie das sogar war. Das Ganze. Ich brauche Alkohol. Ich habe seit Jahren kein Alkohol mehr getrunken, aber das Spiel und ihr treibt mich dazu. Ich bin seit 10 Jahren trocken. Und jetzt ist es soweit.